Ich bin wieder mal durch die Weiten des Internets gecruised. Aber bevor wir hier wieder ein metaphorisches Beispiel machen, fangen wir an mit dem Gewinnspiel und an alle viel Glück. Und danke nochmal für den Support auf das letzte und vorletzte Video und natürlich für die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Echt, danke, 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 danke schön. Und der letzte Livestream war übrigens Fake, also da ist alles durch Spass dran, müsst ihr nicht ernst nehmen. Let's go. Es gibt heute eine 20 Euro Verlosung für euch, für jede Plattform, also Switch, Xbox, PS4 und PC. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, interessiert mich das, was PS4, Xbox, Switch oder PC, was die haben. Ich will nur für meine Plattform, dann seht ihr jetzt unten, Ich könnte übrigens auch über diese YouTube-Kapitel auf die Plattform oder Konsole, die ihr wollt, draufklicken und dann skippt ihr halt dahin. Ist auf jeden Fall eine nice Option, wird aber vielleicht erst in 24 Stunden verfügbar sein. Die PS4 ist als erstes dran und da kommen wir gleich zu den 20 Euro PSN-Karten. Ihr könnt aber auch einen anderen Gewinn wählen, nämlich den Neo Versa-Skin mit 2000 Wii-Bucks, wenn ihr die PSN-Karten als Fortnite-Bundle wollt. Das heisst, ihr schreibt einfach in die Kommentare Neo Versa-Bundle und dann checkt ich das natürlich auch, dass ihr das wollt und nicht die 20er PSN. So, gehen wir gleich zur nächsten Konsole. So, und wir sind jetzt auch schon bei der Xbox angelangt. Für die Xbox gibt es, wie gesagt, 20 Euro, wie bei jedem Ding. Aber, das war natürlich noch nicht alles. Ich bin durch die Datenbänke gegangen und habe einen alternativen Gewinn gefunden, nämlich das Fortnite Metal Team Leader Pack. Da ist dieser schöne Metall-Kuschelbär drin. Ja, der ist, glaube ich, nicht mehr zum Kuscheln, aber es ist ja egal. Plus 1000 Wii-Bucks, eine Waffe für ihr rettet die Welt. Also, einfach ein perfektes Pack, wenn ihr auf Xbox spielt. Der Skin ist eigentlich auch recht selten, sieht man fast nicht in Battle Royale. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Wenn ihr diesen Skin wollt, dann schreibt das einfach in den Kommentar, dass ihr das Metal Team Leader Pack wollt und nicht die 20er Xbox Live Card. Dann sehe ich das auch und kann euch das geben. Viel Glück. Die nächste Plattform bzw. Konsole ist die Nintendo Switch. Und da denken sich jetzt Leute, hä, es gibt doch nur 15 Euro Guthabenkarten. In der Schweiz gibt es 20 Franken eShop-Karten. Das heisst, wenn ein Schweizer gewinnen würde, würde er natürlich auch die 20 Franken eShop-Karte bekommen. Und wenn jemand aus der EU gewinnen sollte, also Deutschland, Österreich, keine Ahnung, dann würde er eine 15 Euro eShop-Karte bekommen und dazu drei Monate Nintendo Online. Ich glaube, das sollte eigentlich sehr gerechtfertigt sein. Und wenn euch das nicht so gefällt und ihr denkt, ja, nee, also drei Monate, dann, also ich hätte halt lieber so zwölf Monate, dann könnt ihr die haben, aber halt ohne Guthabenkarte, aber ihr habt wenigstens zwölf Monate Nintendo Online sozusagen gratis, wenn ihr gewinnt. Deswegen nochmal viel Glück. Nächste Plattform, PC bzw. Steam. Für Steam gibt es eine 10 Euro oder 10 Franken Guthabenkarte. Und ihr denkt euch jetzt so, what the fuck, warum bekommt die anderen 20 oder 15 und PC nur 10? Das liegt daran, dass ihr ein ganz, ganz besonderes Paket bekommt. Ihr könnt nämlich zwischen sechs Spielen entscheiden. Und da gibt es einmal Beyond Two Souls, GTA 5, PUBG, einmal The Witcher 3 und Rainbow Six Siege. Also ein sehr, sehr grosses Angebot zu gewinnen. Eines davon könnt ihr mit 10 Euro Guthaben gewinnen. Ach ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr Rexito im Itemshop unterstützen. Einfach what the fuck, Fakten eingeben. Und gerne meinen Kanal abonnieren, liken. Wenn ihr weitere Gewinnspiele wollt und einen Kommentar schreiben, um mitzumachen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Noch einen ganz schönen Tag und natürlich auf Instagram folgen, um mich anzuschreiben. Ciao. Ciao. Ciao.